so wie gestern beziehungsweise für mich wie gerade eben beziehungsweise halt ein paar stunden her spielen wir gleich gruppenkeile ich muss nämlich drei aufgaben machen beziehungsweise habe ich schon eher eine eine hat gezielt gut nutze verbände oder medikets und verursache nichts leichter als das mein controller hat keinen bock dann machen wir schnell hier mit dem dann hoffen wir dass es gleich geht keine ahnung warum jetzt hallo jetzt hab ich das jetzt hallo jetzt haben wir das nicht ich möchte bitte hallo egal wird schon schief gehen ich habe gerade eben mit ein oder vorne ein zwei stunden mit jemandem gespielt der war ganz nett mit dem haben wir einen einen spieler der hat ran steht irgendwas gießen bisschen nervt er hat uns scheinbar gehört aber nicht geantwortet war und deutsch also denke ich mal dass es ihm egal war was sie ihm gesagt haben okay wir können hier direkt raus ähm halt weil wir dachten also beziehungsweise ich dachte es wäre ein inder habe ich die ganze zeit inderwitze gebracht und ja war ganz echt lustig ja und den werde ich später dann wahrscheinlich nochmal spielen so jetzt erstmal eigentlich ist einfach was wir machen medikets sammeln verbände bis sie mir schaden machen lassen also springen halt von irgendwo runter und dann äh ja geht das schon ja komm verbände medikets keine ahnung alles irgendwas komm morgen alle was ist denn das waffe können wir schon mal holen erst auch noch schnell weil ich oder ihr habt ja jetzt schon gesehen ich bin level 60 schon gleich bin ich level 61 und kann damit meine wochen dings anfangen wieder äh bisschen hier zu füllen und ich arbeite ähm ich arbeite für morgen noch weiter weil morgen bin ich nicht da und deswegen produziere ich gerade im video nicht dass ihr euch fragt warum hin und her ach man einer mittelfinger tut weh wie zau irgendwie die szenen sind grad komplett am eskalieren das tut ultra weh aber alles hab so stimmt das ist schon mal gut kaum noch mehr da bitte nee komm ich frags mich echt warum wo sind die ganzen verbände die ganzen verbände sind irgendwo aber ich finde sie nicht kann ja so lange ab bis zurunde kommt und beim zonen schaden kann ich ja schon anfangen oder ich springe halt von irgendwo runter auch eine möglichkeit ist gerade eben ist bei mir fortnight gecrashed ich muss gerade neu stand und dann kam mir die idee ein video schnell aufzunehmen ist doch alles halb so schlimm ein bisschen das zum nutzen so ein bisschen das zum nutzen so ein gedanken ein dann ist da drin noch kann man da lol da haben sie auch noch gedacht cool dann ist hier noch eine noch eine gut 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 zwei von drei bis dann kann ich gleich schon mal zwei von drei so machen und jetzt brauche ich nur noch einen einzigen weil ich möchte die aufgaben natürlich gerne vorbei haben bevor natürlich so die zone kommt und ich irgendwo suchen muss wo ja da kommt schon die zone und das nervt mich grad das triggert mich je nachdem wie man es eher sieht jawoll komm schon jawoll so sauber hast einen schon mal ja das dauert jetzt halt eine halbe minute seht ihr mich jetzt nur bei dem machen und gleich nochmal dann sehen wir so äh gleich im nächsten teil so und den dritten ja dann haben wir gleich level 61 und den küken skin da und wir bekommen dann nochmal 22k wegen hier wie nennt sich das wegen der dritten aufgabe ich denke das reicht und tschüss es gibt für die kein kill fragt euch nicht warum seine einsteht da wurde jemand anderes gekündigt okay wir sind direkt da das ist auch nicht schlecht eine vorratslieferung war glaub auch noch wegen dingsens okay da unten ist ein gegner und da sind eier die jucken mich aber grad nicht kurz gucken macht es was oder sagt der es darf nicht so ein schaden sein doch das soll genau so ein schaden sein ok schaden kann halt natürlich alles sein ja ob das jetzt ist jetzt nicht so schlimm nö den gebe ich kein stoff damit sie mich kehren können ich hau einfach ab darauf habe ich dann wenig lust um mich noch mit denen zu feiten wenn die sich so schlecht sind wenn die so schlecht sind ja irgendwie so ihr wird schon verstehen was ich meine ihr seid ja nicht so doof wie ich hoffentlich ja natürlich ok oh ja komm gib mir die 22k komm die 22k kriegst du noch hopp 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 jo ich ziehe wieder ab ey aha da hinten das ist auch nicht schlecht komm komm gut müsste doch reichen komm erzielt das alles schaden und dann bekommen wir nochmal 22k natürlich easy hopp ist doch easy na come on so geht das uh jetzt mal ordentlich die leute ein bisschen nerven vor allem mit der goldenen ok das ist kein freund wo bist du bitte sei nah perfekt bekomme ich auch noch ein paar punkte wo ist na komm wir wollen ja hier oh nein na egal ich habe genug gekillt damit das sich so durchrechnen lässt jo ich bin fast wieder level 62 so wenn man sich das durch also ich sollte aufhören das wort durchrechnen nicht zu verwenden ihr wisst schon was meinen perfekt ähm was wolltest du ich hab dich nicht ganz verstanden es geht grad nicht klar die kürz hä wer schießt du bist hä jo pro jane egal genug genug ha hm hm jo da ist ja unsere denen mal gucken wer bist du weiß ich nicht ob ich mit dir schon geredet habe wenn dass auch nicht schlecht ich denke aber nicht lädt aber klein hm ja natürlich na junge du bist so low was ist denn das genau die spieler mal die sind so schmutz diese spiele die einem so hinterher da ja wie die letzten sind auch solche leute die würden ihre großmutter verkaufen ja den spruch habe ich gerade echt gebracht da kommt doch gerade noch einer oder natürlich ich habe die genug schaden gemacht was wir stehen was wir bekommen ja dann immer es ist ohne allem ist nicht viel aber es ist etwas brauche nur ein bisschen muni kommt dankeschön sehr schön was zum auch leute ich dachte schon dass ein gegner hier keine ahnung wie man mitspieler aber das muss ich natürlich leider ausschalten aus gründen die ich dir natürlich jetzt nicht sagen kann oder werde danke ok was will ich denn hm so geht das elf geht's oh oh man leute oh nein der also der typ der hat es echt nötig ich will jetzt nicht ihm bleiben oder so aber es ist ein noob der typ der hat einfach nur ein problem aber dazu muss ich ja nichts sagen man hat es ja gesehen mit der aufnahme bin man nicht so lustig ich habe eingekillt das ist einfach immer eins zu eins das heißt ich tue meinen teammates nichts hier so und sie tun ja nochmal neu hingezogen dahin ist noch ein spieler sehe ich gerade ja natürlich auch nicht schlimm die kümmern sich darum boah das habe ich gerade gesehen eieieiei ich ziehe gerade hier echt ein paar leute ab also natürlich im guten sinne ok da falten ein paar na komm na ach come on ich muss ein bisschen raus aus meiner deckung hallo ich bin immer noch kein gegner höh und schlecht die hassen mich alle und ich kann sie nicht verhebeln da kommt kleiner ich weiß es na kommt kleiner und ich würde mit dir jetzt sagen ich wusste es nicht ah ich habe den epischen gezogen so bam ne leute ich hoffe natürlich hat das Video gefallen wenn ich da bin ich komplett gesehen und sind damit morgen also gucken wir uns kurz noch den Küken an ja ich liebe sowas ich liebe sowas da ist die kleine süße Küche Karriere was hatte ich denn ja wow da ist der Küken den gibt es dann natürlich auch in verschiedenen Stilen und zwar hier in dem ach stimmt jetzt habe ich hier ich nicht also muss ich das alles bis da ich bin ja ist gut also wir sehen uns morgen tschüss 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 tschüss